So, ich bin's wieder, Thorbapier, und willkommen zum dritten Part, zum dritten Wochen, der letzten Wochen des Parts, mit Rack Shutter. Ja, genau, hier ist doch jetzt was runtergefallen. Und hier wirst du doch jetzt gleich was erfreuen. Ach, da, jetzt. Achtung, nicht aufstecken. Ach, da, 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 da. Mal gruselig, ne? Genau. Und gleich machen wir das Gegenteil, okay? Gleich werden wir nicht sterben. Jetzt machen wir uns hier den Key. Aber wenn wir dann noch mal sterben, dann ist es eigentlich vorbei, okay? Ist okay. Ja, heute braucht es immer so lange ein bisschen Leben, hehehe. So, dann waren wir mal. Da kommen wir jetzt rein. Ich will's den Kopfschmerzen, muss ich unbedingt gleich was treten. So, und jetzt suchen wir uns erstmal eine Waffe, bevor wir dahin gehen. Oh, dieser Stuhl, der hat ja wohl bis jetzt. Keine Ahnung, was das krägt soll. Ah, okay, das haben wir jetzt. Das ist auf jeden Fall mal gut. Dann kommen wir da jetzt schon rein, da müssen wir nicht da durch. Da müssen wir ja eh was da drin ist. Da müssen wir das auch nicht. Gehen wir doch da einfach mal rein. Gehen wir doch da einfach mal rein. Ja. Oh. Oh, was ist denn hier los? Pumse, da kann ich was trinken. Das ist ja auch cool. abeinander das gar nicht ob er der kreuz absehbar auf der gastweiter das das ist die Musiker auch bettet ach so auch ein solcher Gott das ist das Spiel das ist die rechte von der Tegrault ja ein block haben wir noch leben ja gut dann gehen wir ins bett wenn der liebe herr ins bett möchte oder können wir hier noch film gucken ja jetzt konnte ich das nicht lesen na gut da gewertet ihr wort er bei der war ergebracht das ist aber auch hier schicke mode ich weiß gar nicht wo ich hin soll das ist auch witzig meine frage der geht aber auch langsam hier auch der flasche die neue auch gut aber perfekt ist das laufzimmer ja besser geht es nicht ich hab so gewahrt warum das jetzt auch gehabt weil sie auch nicht so genau das ist halt so gefällt euch das eigentliche als er war kürzer das ist das lebt der da ist okay oder ja das würde ich auch sagen das ist jetzt das minecraft ersatz durchgegangen ja aber schöne pause von minecraft wir wollen ja sowieso in letzter zeit nur an sowas sind wir denn hier jetzt schon wieder ich sehe wieder gar nichts aber ich liebe es ist das lohner wie schnell soll man das denn sehen bitte das geht gar nicht jetzt sehen wir doch nichts das ist ja auch wieder ah kann ich jetzt fliegen oder muss ich mich tun der damn sound wakes me up wait a minute oh god I'm in a dream am I illucid dreaming oh god ah blut oder hast du daneben gekackt ich bin du mach ich du alter was du denn hier hey Hey, du. Ja, nehm ich hier und jetzt auf den Klo. Kommt, oh ja. Oh ja, oh schau mal ja. Okay, reicht noch, ne? Kommst du mit? Pass hier nicht durch. Ich bin zu fett. Willst du mich doch noch auf den Klo ralaschen? Alter, Schlawida. Oder willst du den Kee? Willst du den Kee? Hä, willst du den Kee? Kannst du nicht. Aber ich weiß auch nicht, wer den sonst kriegen soll. Ja, ich kann mir nicht ganz, wenn du so fett im Weg stehst da, du Handy. Ja, ich komm da nicht aus. So, komm ich. So, hat's getan. Dann gehen wir mal, ich sag mal, die Lecks. Dann wird es okay. Nee, das kann nicht sein. Die habe ich so nicht hergestellt. Das bin ich mir jetzt zu ganz, ganz sicher. Komm mir doch gar nicht durch, Mensch. Ich sehe auch schon wieder, wie so ein Apfel, Alter. Nee, ich komm mir nicht aus, Mensch. Also, jetzt geht's. Ich seh nicht! Warte. Okay. Whatever this was, it was okay. So, wieder rein, komm. Oh, ich weiß das doch auch nicht mehr. Die Tür geht auch immer zu. Nee, ich komm hier nicht durch. Ich geh wieder zurück zu meinem Freund da. Im Badezimmer. Ey, Kumpel. Weißt du was, da draußen stehen voll viele von so komischen Puppen. Ich weiß auch nicht, was ich da machen soll. Die Folge soll gleich zu Ende. Kannst du mir helfen? Kannst du auch mal rauskommen? Kannst du mir helfen hier? Kommst du, kannst du mir nochmal, dann kannst du, also kannst du mir nochmal helfen? Nee. Okay, Leute, dann beende ich hier die Folge mit meinem Freund, ne? Beenden wir die. Sag immer auch Tschüss. Ja, habt ihr gehört, ne? Also, auf jeden Fall bedanken wir uns beim Zusehen von euch, von eurer Seite. Wir werden das nächste Woche weiterspielen, ne? Auch er und auch ich. Und dann würden wir uns auch über positive Bewertungen freuen. Und dann sehen wir uns auch erst mal Montag wieder zu Minecraft. Nicht mehr dir, tut mir leid. Du kommst dann erst am Samstag wieder ran, wird alles normal läuft. Das will ich hoffen. Auf jeden Fall macht's gut. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.